Florian Silbereisen und Beatrice Egli, auf diese Ankündigung haben die Fans gewartet. Die beiden Schlagerstars Florian Silbereisen und Beatrice Egli sorgten mit ihrem Duet für Spekulationen. Nun machte Egli eine neue Ankündigung. Florian Silbereisen und Beatrice Egli gehören beide zu den Stars der Schlagerszene. 2023 veröffentlichten die beiden zusammen das Duet »Das wissen nur wir«, das bei den Fans Spekulationen auslöste. Immer wieder werfen sie diese Frage auf, sind Egli und Silbereisen ein Paar? Nun wurde angekündigt, dass die beiden zusammen etwas Neues planen. Erstes Duet löste Liebesgerüchte zu Florian Silbereisen und Beatrice Egli aus. Auslöser für die Liebesgerüchte sind Textzeilen aus dem gemeinsamen Duet »Wie du willst es doch auch mit mir« und der vertraute Umgang der beiden Beauftritten auf der Bühne. Die beiden Schlagerstars haben das bisher weder bestätigt noch dementiert. Stattdessen spielen sie in Interviews mit den Spekulationen. So wurde Beatrice Egli in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung nach Florian Silbereisen gefragt, und danach, ob sie der Wirbel nicht nerve. In ihrer Antwort bezog sie sich einfach auf eine Zeile des gemeinsamen Duets und sagte, »Ich stehe da total drüber. Denn was in meinem Privatleben so passiert, das wissen nur wir.« In einem Gespräch mit der Neuen Post klang es zuletzt allerdings nicht so, als seien die Liebesgerüchte war, »Ich lerne immer mal wieder jemanden kennen, aber es hat nie gefunkt«, sagte Beatrice Egli. Und sie verriet, welche Eigenschaften ihr Traummann mitbringen müsste. Ihr sei besonders wichtig, dass er ein großes Herz und Humor habe. Wohl neues Duet von Florian Silbereisen und Beatrice Egli geplant Nun machte Beatrice Egli eine neue Ankündigung, gibt sich aber auch dabei weiterhin geheimnisvoll. In einer Fragerunde auf Instagram beantwortete Beatrice Egli Fragen der Fans, die dabei auch wissen wollten, ob ein neues Duet mit Florian Silbereisen geplant sei. Die Antwort der Schlagersängerin auf diese Frage schlug sofort Wellen bei den Fans und in den Medien, »Wir sind an Neuem dran. Aber was es wird, kann ich noch nicht verraten. Es sieht also ganz so aus, als sei ein neues Duet der beiden auf dem Weg. Übrigens, Florian Silbereisen telefoniert für jede Show mit einer bestimmten Frau. Auf seiner Schulter hat er noch ein Tattoo seiner Ex-Helene Fischer, das vom ZDF mit Tricks versteckt wird. Untertitelung des ZDF mit Tricks.